Hallo! Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Und ich möchte gerne mit euch alle zusammen einmal kurz Happy Birthday gesungen haben für Wo ist sie? Anne, wo bist du? Hat sie versteckt, ne? Da sitzt sie! Anne, auch sobald du irgendwo eine Ex-Gabe angereist, hab ich gehört Und? Teiko möchte ich den Rieder halten, na bitte! Liebe Schwiegermolli Alles Liebe, alles Gute für uns beiden Und gleichzeitig haben die beiden nämlich heute auch noch ihren 51. Hochzeitstag Und schön, dass ihr heute hier bei uns seid im Bergelauf im Beinsteig von Roslott-Warnemünde auch euch nochmal vielen Dank Und die Musik ist heute auch total auf eurem Niveau Das ist heute Das sind die hohe So Nein, sie mögen ja gerne solche Musik Und dafür Und morgen früh haben wir noch eine schöne Chattie-Tour mit der Bergelauf der Schifferslinie Das wird auch nochmal fein Also wir wünschen euch noch viel Spaß hier mit Lettern Jetzt noch ein kleines Städtchen für dich Liebe Ja Ach, warte, ich dachte du bist jetzt nicht so Ja 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 Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Zum Geburtstag Viel Glück Zum Geburtstag Viel Glück Zum Geburtstag Alles Gute Zum Geburtstag Viel Glück Ja 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 Also ich hab grad die Ansage bekommen Erzähl mal was von Großbrüsten. Vielleicht muss man das kurz so ein bisschen in Kontext bringen. Der nächste Song ist von einer Künstlerin, die so zu 50% aus Plastik besteht. Also so geschmolzenem Plastik, das sind so kleine Bällchen. Hier so, Playmobil? Ja, die Frau besteht zu 50% aus geschmolzenem Playmobil. Und zwar ist das Dolly Parton. Michi wollte mir das nicht glauben, aber die Frau ist, die hat nachgeholfen. Aber die hat vor allem auch richtig coole Musik gemacht. Und der nächste Song, den wir spielen, der ist von mir, der heißt Jodie. Den kennt ihr bestimmt alle. Wir haben uns da so ein bisschen mehr an einer Version von Miley Cyrus orientiert. Die hatten wir so mit Backyard-Session gemacht. Und da halten wir uns jetzt so ein bisschen dran und dann spielen wir jetzt Jodie. Da gibt es einen Tropfen. Aber von da auf 6. Ready? Nein, jetzt werden wir uns bestimmt. Das geht jetzt noch nicht. Das ist die Werbung, das sagst du. Das ist die Werbung. Okay. Okay, Jodie. Jodie, 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 Jodie. Jodie, 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 Jodie. Jodie, 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 Jodie. Ibel, Jodie, Jodie, Jodie. Jodie, 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 Jodie. Aber die millen migrant feel. Mache Storm, vielen goldenen нав seven. Musik 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 Jolie, 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 I'll bang on you, please don't take me down. Jolie, 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 please don't take me down just because you can down. Jolie, 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 J